Jenny Frankhauser ist schwanger, ihre Mutter Iris Klein ist überglücklich, auch darüber, dass die freudige Nachricht endlich raus ist. TV-Star Jenny Frankhauser, 29, erwartet ihr erstes Kind. Die Ex-Dschungelkönigin hat ihre Schwangerschaft auf Instagram bekannt gegeben. Unendlich glücklich, schrieb sie zu einem Foto, das sie mit ihrem Partner Steffen König zeigt. Beide haben liebevoll ihre Hände auf Frankhausers Babybauch gelegt. In den Kommentaren zu dem Post häufen sich die Glückwünsche, auch von Frankhausers prominenter Familie. Jenny Frankhauser wird überschüttet mit Gratulationen. So schrieb ihre Mutter, Reality-TV-Star Iris Klein, 54, mit zahlreichen Herz-Amojis zu dem Post, ähnlich ist es raus. Ich bin überglücklich. Und auch die berühmte große Schwester der 29-Jährigen, Daniela Katzenberger, 35, freut sich über den Familienzuwachs und hinterließ drei Herz-Amojis in den Kommentaren. Zu den weiteren Promis, die Frankhauser auf Instagram gratulieren, gehören unter anderem Simone Ballack, 46, Sarah Harrison, 30, Kate Merlan, 35, oder Anne Wünsche, 30-Star. Einfach nur hundemüde. Im Interview mit der Bild-Zeitung hatte Jenny Frankhauser verraten, wie es ihr in der Schwangerschaft bisher ergangen ist. Mittlerweile sei Frankhauser bereits im vierten Monat. In der siebten bis neunten Woche sei es ihr sehr, sehr schlecht gegangen. Ich lag nur im Bett und konnte vor Übelkeit nichts mehr machen. Danach habe es Phasen mit Sodbrennen und Kopfschmerzen gegeben und aktuell bin ich einfach nur hundemüde. Dies sei aber alles okay, man weiß ja, wofür das alles ist. Mit ihrem Partner ist die Dschungelkönigin von 2018 seit etwa drei Jahren zusammen. Seit sechs Monaten leben sie in der ersten gemeinsamen Wohnung, wie die beiden in einem RTL-Interview zeigen. 1 2 3 8 8 Untertitelung des ZDF für funk, 2017